Hallihallo Leute, wir sind wieder da bei Stado Valley im Multiplayer mit DeVardrag und Franzi. Bei Franzi rauscht es ein bisschen im Hintergrund, das ist nicht so schlimm. Und Zuki ist auch da. Und Zuki ist da. Und DeVardrag muss endlich mal auf weiter drücken. Ja geht nicht, ich hab nicht auf Spiele geklickt. You got one job. Boah Murphy. Boah Murphy. Und jetzt ist Franz Bert wieder beigetreten. Weiß bin ich. Du bist wieder beigetreten. Bin ich nicht. Sagt er aber, Franz Bert ist freigetreten. Ich hab keine freien Plätze auf dem Saura, willst du mich verraschen? Ja, weil du anscheinend beigetreten bist. Du liegst hier, Bert. Oh, du bist weg. Jetzt bist du gegangen, jetzt kannst du theoretisch wieder rein. Ach nett. Gut. Und mein Spiel ist auch abgestürmt. Oh. Heute lernen wir Schokoladentorte. Gibt's denn einen besseren Weg, diese kalten Winternähte zu verbringen, als sich durch einen üppigen Berg aus Schokolade zu buddeln? Mit meiner Hilfe wirst du auf dem besten Weg die feinste Torte zu schaffen, die du je gesehen hast. Also, du brauchst erstmal eine ganze Menge Zucker. Du hast gelernt, wie du eine Schokoladentorte machen. Alles, was ich weiß, ist, ich brauche eine ganze Menge Zucker. Mein Brief. Ab morgen dockt eine reisende Händlerflotte in Pelikan an. Sie kommt wegen des jährlichen Nachtmarkts. Der Markt beginnt um 17 Uhr und läuft die nächsten drei Tage. Wenn du dabei sein willst, geh nach 17 Uhr zum Strand. Es gibt gratis Kaffee. Kaffee! Ja. Der Nachtmarkt ist fast da. Hi. Hi. Das Zeug kommt hier in die Kiste rein. Franzi, du kannst mal die Farben nach unten verlassen. Hier lang. Mir folgen. Und hier unten sind Crabpods. Siehst du, über die Sachen drin. Und die alle einmal ansprechen, dann sind sie leer. Aber nicht die Crabpods rausnehmen. Genau. Vorsichtig. Ich gehe so lange in die Kuhmelfen. Das ist viel Müll. Ja, der Wartrak angelt viel Müll. Iridium Müll! Müll! Müllch! Müllch mit Ü. Tatsächlich, selbst die Iridium Milch bringt noch mehr, wenn man sie zu Käse verarbeitet. Die Iridium Milch bringt mehr als Käse, ne? Nein, eben nicht. Sie bringt noch mehr, wenn man sie zu Käse verarbeitet. Das ist der Witz an der Geschichte. Nein. Ja, habe ich ja gesagt. Du brauchst die Müll. Nein. Und hier so noch alles vergessen, aus dem Metall auszuräumen. Du brauchst die Spitzhacken. Du brauchst die Spitzhacken, die ist fertig. Du brauchst die Spitzhacken, die ist fertig. Das hat mich fertig. Dein Spitzhacken ist fertig. Dein Spitzhacken ist fertig? Ja. Und was deine Spitzhacken zum Verbesserung gegeben? Ja. Hallo Pam. Hi. Mäh, mein Vorgarten ist eine Katastrophe. Du hast einen Vorgarten. Das willst du nicht als Vorgarten bezeigen, oder? Und wo sei das? Äh, alles in die Kiste neben Marfis Haus. Ja, wenn man sagt, du brauchst dir alles andere Zeug eingemacht hast. Hast du Crap-Pots abgebaut? Franzi ist gut, außerdem spielt sie mit Maus und Tastatur. Sie kann das besser als ich. Sehr gut. Dann rede ich mal mit Pam. Hi Pam. Wenn ich überlege, ich habe tatsächlich schon Linus, den Zauberer, Marnie, Jodie, Robin auf einem Herz. Emily und Demetrius und George und Caroline schon auf einem Dreiviertelherz. Hayley auf einem halben. Ich sehe sogar halbe Herzen, das ist so witzig. Meinst du jetzt die Kiste zum Versand, oder? Nee, 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 die andere Kiste. Nein, 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 die Kiste, die am Teich steht. Okay. Hey, Bündel komplett. Was kriegen wir denn dafür? Wir kriegen 5 Goldbarren. Färbemittel brauchen wir. Ah, die Entenfehler nur noch. Ah, sehr gut. Futter, drei Äpfel. Und da brauchen wir noch ganz viel Spiegel ein. Markirolle. Oh, das können wir machen. Hast du noch ein Eider-Maffi? Ja, Eier sollten noch da sein. Ich weiß nicht, ob wir die Rezepte schon haben. Warum kann ich mich nicht bewegen? Weiß nicht. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Du hast es paralysiert. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Ja, so oder so ähnlich. Wenigst bin ich nicht verwirrt und habe mich von Verwirrung selbst verletzt. Oh, den Corazon. Ja, Corazon ist halt ultra unselten dadurch geworden, dass sie das jetzt machen. Hey, da unten hat der Fuchs rum. Habt ihr schon gesehen, Suki und Badrak, dass jetzt überall Croissants spawnen? Ähm, fragen Sie, oben die beiden grünen, es ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ah. Und in den rechten sind immer Seeme rein und in den linken halt Erträge. Und da liegen noch Hüte drin. Da liegt ein Hut drin, kannst du ihn nehmen. Nein, ich schaffe keinen Hut. Meine Haare sind wunderschön. Das, äh, hast du schön gesagt. Ja, bitte. Hast du bitte was gesagt, nachdem ich gesagt habe, dass du das wunderschön gesagt hast? Hast du mich gerade beleidigt? Nicht. Mann. Willst du in die Kiste rein oder wie? Ah. Warum bietest du mir Fasern an? Das ist dein Einwähreisgeschenk. Franzbert kann sich gerade nicht um deine Anfrage kümmern. Versuche es etwas später noch einmal. Leg die Fasern doch einfach in diese Kiste da. Da, wo sie rein gehören. Nein. Nein, ich will nicht deine ganzen Fasern. Nein, bleib weg. Nein. Ich will diese faserige Liebe nicht. Was hast du gegen faserige Liebe? Sie ist so faserig. Wir spielen doch hier nicht fangen. Ja. Okay, Leute. Wir spielen anscheinend doch heute fangen. Hast du gerade... Machst du mal nicht alles kaputt? Es gab eine lange Zeit in einem Bug, wenn du diese Steinkrebse ersprengst, dann ist das Multiplayer-Game abgestürzt. Steinkrebse? Ja, ich bin der Mine. Da gibt es auch diese Krabben, die unter den Steinen sind. Achso, ja, 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 die Einsiedler-Krebse. Aber ich wusste nicht, dass es den Multiplayer sprengt. Ne, wenn man die sprengt mit einer Bombe, dann gab es einen Bug, das der Multiplayer-Game abgestürzt ist. Ja, eben, den kannte ich gar nicht. Tomate ist immer noch keiner. Rotkohlsaat, Hauspflanzen, Passinakensaat, Feenrose. Immer noch nichts für uns. Es ist schon ironisch, dass wir nur noch einen Baum brauchen, damit wir endlich eine Baumfrucht brauchen. Damit wir uns endlich im Gewächshaus die Bäume heranpflanzen können, um immer genug Baumfrüchte zu haben. Ja. Ich finde es schade, dass man sich nicht umentscheiden kann, dass man am Anfang irgendwie die Höhle mit den Fledermäusen nimmt und später dann die mit den Pilzen. Und warum zur Hölle wirst du um 17 Uhr in dem geheimen Wald eigentlich heller? Ja, keine Ahnung, das ist doch noch ein Wald. Das ist schon immer so. Ich glaube, dass es einfach ein verzauberter Wald ist. Franzi, hast du schon Schuhe? Ähm, nein. Gut, dann habe ich Stiefel für dich. Also Franzi, ganz ehrlich, bei den Temperaturen barfuß rumlaufen ist auch ziemlich mutig. Was auch immer du gesagt hast, ich habe nichts verstanden. Ich auch nicht. Ich habe meine Haare, die ich auch im Gesicht habe, wenn ich auch an den Füßen. Hast du mehr verstanden, Fox? Ich glaube, ich habe mehr verstanden, aber, äh, also, entweder ich habe verstanden, dass sie sich gerade als Hobbit bezeichnet hat, oder ich habe nichts verstanden. Das war richtig. Das war richtig? Okay. Sie hat also gesagt, sie hat die Haare, die sie auf dem Kopf hat, auch an den Füßen. Achso. Ich habe trotzdem Thermalstiefel, wenn sie die haben will. Ja. Da kannst du deine Hobbit-Füße trotzdem drin verstecken. Das ist, äh, wirkt besser auf die Männerwelt. Gib zu, du stehst auf drauf. Franzi, das solltest du nicht verraten. Ja. Wo bist du denn, Franzi? Franzi, wo bist du denn? Hä, was? Wo du bist? Äh, am Fluss. Okay. Ich, ich komme. Ähm, hier kommt das rein, das rein, das rein. So. Das geht rein. Jetzt groß ist schlimm. Oh. Ja, ja, die Stühle knarzen ja alle. Ja. Jo. Vor allem meinst du genau. Dann brauchen wir das nächste Mal. Steh im Dime! Ja, eine Sägerücke, danke. Ähm, warte mal kurz. Guck mal hier unten in die Kiste, die ich jetzt gerade aufmache. Da lege ich die Schuhe rein, da. Kannst du anziehen. Was mach ich jetzt mit der Sägerücke? Ich mach jetzt mit der Sägerücke. Ja. Ich leg's nicht kurz. Ah, schöne blaue Schuhe. Seid ihr schon im Bettchen? Ja, ich bin schon im Bettchen. Klar, wir warten nur noch dicht. Das klingt falsch. Hä? Das ist mein Bett. Das ist jetzt mein Bett. Mir gehören alle Bettchen. Jaja, wir haben viel verdient. Hey, 630, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Was? Das ist doch... Das wollte ich mit zwei Fischen zusammenkriegen. Ja, warum gehst du da nicht angeln? Immer was zu meckern. Natürlich. Danke für die schöne Nacht, Franzi. Kein Problem. Komm, sehr gern. Genau das wollte ich hören. Ich bin so froh, dass Sassi diese Folgen ja eh nicht schaut. Gehst du wieder die Crap Pots leer machen, Franzi? Ja, gleich. Oh, Franzi. Ich würde dir nicht raten, mehr drin zu angeln, da gibt's nicht so viele Fische. Franzi, hier liegt noch ein Magnetring in der unteren schwarzen Kiste. Liegt ein Magnetring, den kannst du haben. Und ein kleiner Leuchtring, den lege ich da auch rein. Dann hast du zwei Ringe. Dann bist du die Herrin der Ringe, sozusagen. Boah, Mafi. Kann ich mal meinen Zaun gerade reparieren? Boah, Mafi, was kannst du eigentlich? Kühe melken. Offensichtlich nicht. Maaau. Maaau. Ich mag die Musik im Winter, denn sie ist so entspannend. Echt? Ja, kann man mal so sagen. Ja, voll. Scheiße. Zeig, ich hab sie drin. So, jetzt sollten die Zäune ein bisschen länger halten. Hast du Hartolz-Zäune drangemacht? Nein, ich hab die gerade beide repariert. Ach so. Für zweite habe ich gerade repariert. Ja, wir können theoretisch auch Eisenzäune machen. Die halten ultralange. Und sind super billig. Ich glaube, wenn du ein Eisen nimmst, kriegst du 10 Zäune raus oder so. War das nicht? 16 Zäune oder so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ich denke nicht, nicht, nicht rein setzen, nicht rein setzen. Ich muss die rein setzen, weil ich soweit gespielt bin, dass sie sich automatisch füllen mit, ähm. Soll ich, wenn du sie rausnimmst, wenn du sie rausnimmst, einfach hier in die Kiste rein machen. Irgendjemand bohrt gerade die Wände kaputt. Äh, äh. Miau. Miau. Hallo. Äh, an Clara. Clara, du kannst hier einfach einen Account machen, dann kannst du mit uns reden. Also, schreiben. Und das ist kostenlos. Und du kannst mir ein Follow da lassen. Das unterstützt meinen Channel. Das wäre super, super lieb von dir. Mit wem redest du? Hast du nicht zugehört? Ich rede mit Clara. Okay. Sieht nicht so aus, hättest du irgendwas was dem Museum spenden kannst. Mach dich besser auf die Schatzsuche. Was? Die Fresse sucht du doch mal selber Schätze. Schätzchen. So, ich werde jetzt meine Gießkanne verbessern lassen. Mach das. Gold. Ah, verdammt, ich hätte erst was verkaufen sollen. Jetzt sagt er, ich habe der erste an der Goldginkkanne. Übrigens, ihr könnt jetzt schon runter in die, äh, an den Strand gehen. Das ist so witzig, weil dieses Festival findet da zwar abends statt, aber man kann da jetzt schon hingehen und gucken. Leute, seht ihr mal das da an. Also erstmal, hallo Elia. Hallo. Du bist gekommen, um mich in der Kälte zu besuchen. Nee, ich war hier nur auf dem Weg hierher. Und hab ich gesehen. Und man sieht das schon. Hier sind schon die ganzen Sachen. Und, äh, man kommt hier halt noch hin und so hin. Hier sagt er, Verkäufer, der Nachtmarkt beginnt um 17 Uhr. Komm vorbei und hol dir einen Kaffee ab. Dieses Bild hier von diesem, äh, Schiff hat ja damals, ähm, Consulant Ape gepostet, aber keiner wusste, was es bedeutet. Und hier finden halt verschiedene Sachen statt. Der hier, berühmter Maler Lupini. Komm vorbei, wenn der Markt öffnet, dann kannst du meine Kunstwerke kaufen. Angelt du mir jetzt die Pürsche weg? Ja. Und hier, kann man sich für 250 G nach Hause schicken lassen. Ich hab kein Wort verstanden. Teflonieren? Ich kenn nur Teflonieren. Aber okay. 17 Uhr, da geht es los, da gehen wir shoppen. Ich freu mich auf den Nachtmarkt. Wann geht der los? Wann geht der los? 17 Uhr, hab ich gesagt, geht es auf den Nachtmarkt. Wann geht der wohl los? Nein, ich hör dir noch nicht zu, das weißt du. Ich würde sagen, 17 Uhr, aber du hörst mir ja nicht zu. Ja, die Stufe ist ab. Ja, du wirst jetzt am Anfang relativ schnell dadurch Stufen aufstiegen bekommen. Fürs Angeln. Ja, vor allem wenn du die Crap-Pots auch mal leerst, weil es gibt auch ein paar Hauspunkte. Das meinte ich eigentlich gerade. Ich dachte, sie meinte das dadurch, aber okay. Das angelt ja gerade. Und bis zum nächsten Mal. Ich stehe. Ich denke, sie sind schön. Ich habe schon etwas pfchen. Es ist ein RIT, noches Pfeifen. hier unten stehen ja auch noch Recycling Maschinen die sieht man ja gar nicht wusste nicht dass wir so viele Recycler haben ja wir haben glaube ich 20 Stück oder 15 Stück irgendwie so Banane verloren ich freue mich schon wenn ich endlich auf Stufe 10 bin ich folge der Sammelfähigkeit Iridium Everything ich bin mal gespannt ob ich das dieses Jahr noch schaffe und ob ich das erst im zweiten Jahr schaffe in meinem ersten Play Store habe ich das halt super schnell geschafft aber da habe ich halt die Waldfarmen gehabt und da ist es halt super leicht holst du mittlerweile noch immer die ähm das Haarkuchen wenigstens da bin ich gerade dabei ja also ja mach ich das ist immer schön wie man im Hintergrund dann Franzi so ein bisschen fluchen hört die ganze Zeit hört man nichts von ihr und dann so irgendwie fluchen einige von den Winterkütteln sind auch richtig gemein vor allem mit der Anfängerangel ja ja ich sagte uns der Nachtmarkt hat begonnen Franzi du kannst ihn mir nicht aus der Tasche angeln das ist schon klar ne der Nachtmarkt ist nun geöffnet ich geh zum Nachtmarkt oh dann gehen wir doch mal zum Nachtmarkt beim Nachtmarkt gibt es was für dich zum Angeln zum Angeln ja und das ist ein sehr guter Glückstag das ist sehr sehr gut was kann ich da angeln da gibt es einen ähm ne guckst dir selber an okay du hast ja damals nicht bei meinem Stream zugeschaut als ich das auf meinem Spielstand gezeigt habe deswegen ne hab ich nicht ich finde übrigens alle Events sollten so ablaufen wie der Nachtmarkt das halt die Sachen schon aufgebaut sind und man trotzdem ganz normal dahin gehen kann und ab 17 Uhr geht es dann halt los na mein ich glaube der Händler ist der Reisenhändler ja willkommen auf dem Nachtmarkt hier unten unten links könnt ihr euch erstmal Kaffee holen kriegt da mal kostenlosen Kaffee dann hab den Geschwindigkeitsboost Kaffee er geht's in der Region Kamin ja den wirst du nicht kaufen bitte wenn du den trinkst äh Franzi bist du schneller Geschwindwachsstand so seltene Sachen übrigens verkaufen die jeden Tag andere Sachen also hier äh sind die Frühlingssagen jetzt und da werde ich mich gleich mal ein bisschen ankaufen an Blumenkohl werden wir eigentlich nehmlich mehr Jungfrauenzeug und das mehr Jungfrauenzeug kannst du eigentlich nur zugucken das ist so eine Show könnt ihr euch angucken auch sehr cooler Stock einmal Zierlauch ich wollte Zierlauch nicht grünkohl aber dann nehme ich mal 8... 16... hier gibt es 8er Trink für 500 na dann wenn es Eintrittspreis kostet kannst du entscheiden ob du rein willst oder nicht ein Zierlauch achso übrigens ähm die die seltenen Saaten beim fahrenden Händler könnt ihr gerne die 5 kaufen jeweils Tiefseeangeltour genau das voll cool geh ich hin so 100 davon ich habe schon gestartet es geht bestimmt gleich auch bleibt ihr jetzt gemeinsam ja ich glaube ich auch noch reinkommen box passt die nacken haben wir noch bohnen setzlinge wir machen mal ein paar bohnen viele das Azubut ist gerade im Einsatz kommt später wieder ich bin zu spät ich sehe das sah wir oben aber es ist im Einsatz und unter Wasser da ja große grüner stock großer roter stock so während ihr da arbeitet gehe ich hier ein bisschen shoppen dann kann man ja angeln und diese kriege nur sehtan du kannst theoretisch angeln bis naja um zwei solltest du wieder zu hause sein was geht sowieso nach die zeit weiter ich will wenig einen fisch fangen für das muss sie gibt das geht nur sehtan haben wir auch die richtigen geräusche dazu ich habe morgen einen harztermin vielleicht beruhigt die mir das wäre ganz nett wenn du mich nicht ansprechen damit weil ich kann aber was wenn sie meinen ich starre sie an da gibt es gibt drei fische die kannst du nur da unten angeln wahrscheinlich die die so abgehen wie sonst war es ja aber eigentlich waren die relativ gut zu angeln fand ich immer genau der das ist der eine der eine der eine oder keine super gut ist dass wir heute noch keine frame drops hatten ja läuft heute habt ihr beim händler beim fahrenden händler auch die dinge gekauft nein solltet ihr eigentlich noch machen das wäre ganz lieb ich gehe zurück zu spät ja kauf mal bitte beim fahrenden händler noch die seltenen saaten ja ich trinke erst mal kaffee fragen sie bitte auch mein kostenloser kaffee hallo also die typen ansprechen anderswo gespeich besser franzi ist erst auf der hälfte eingestiegen so ich will einen siegurken nicht haben so weil wenn ihr beide jetzt seltene saaten kraft 15 neue seltene saaten das sehr gut an die seltene saaten kaufen wo ihr müsst euch jetzt bei einem nach hause zu kommen ja lasst euch mal von dem typen der da unten des teleporting hat per telegraf an sie hat keine gekauft an sich abgehauen ich bin geteleportete franzi kommt mitten zu mir ins bett ja ich gehe mein eigenes bett hallo franzi ich kann mich jetzt nicht auf alles konzentrieren so haben wir was verkauft ich weiß es nicht ich auch nicht doch haben wir fischsachen minen arbeitssachen ach so ich habe sachen verkauft okay das passt super denn ich würde sagen heute das war es für heute mit dieser aufnahme und wir sehen uns dann morgen wieder wenn wir die anderen beiden tage des nachtmarktes uns anschauen bis dahin und tschüss